und damit willkommen zurück bei outlast 2 freunde und ja das was wir gesehen haben das war schon vollkommen krank und einfach unverständlich deswegen ich würde sagen wir machen direkt weiter und schauen einfach was uns das ganze bringt aber ich habe mal gesehen wir machen mal die gamma-werte ein bisschen höher denn ich finde man sieht sonst absolut nichts ja ja alles klar ciao können noch nicht mal die taschenlampe von dem dude klauen wo ich mir dann denke wir machen jetzt einen auf solid snake und können anscheinend nicht ersaufen oh fuck oh anscheinend können wir doch ersaufen fuck man ich brauche batterien hier gibt es auch bestimmt batterien drin oder ist eine neue sneaky peaky battery hier gibt es Was ist da, was der da? Können wir da rein? Können wir hier rein? Mach die scheiß Tür zu. Mach die Tür zu. Oh Gott. Der Typ, der ist doch... Ja kommst du jetzt rein oder nicht, was ist los? Ich glaube hier können wir wieder weiter. Ist das euer Ernst? Hä? Ich bin im Kreis gelaufen? Wo ist der Typ, Mann? Alter, dieser Dude ne? Das war mehr als Glück. Was? Was? Du konntest mich gar nicht sehen. Ich bin festgebackt. Ich bin festgebackt. Ich bin festgebacken. Ich bin festgebacken. Ich bin festgebacken. Ich bin festgebacken. Okay, ich muss wohl gedrückt halten, um mich zu heilen. Ich bin alles klar. Ich bin festgebacken. Ich bin festgebacken. Ich bin festgebacken. Er scheint wohl durch das Wasser zu schwimmen und deswegen bin ich halt eben wohl irgendwie dort hinten unter dem Steg hängen geblieben. So, mal gucken, ob wir einfach unten drunter durchkommen. Oder ob der uns wieder catcht. Krass, wir können ja echt unten drunter durch. Oh Gott, ich glaube, wir saufen ab. Was? Noch so weit? Egal, wir schaffen das. We can do this. Fuck. Ciao. Ein zweites Mal kriegst du uns nicht. So, der Plan. Alter, was? Haben wir jetzt irgendwie zu viel Wasser in die Lunge gekriegt oder was geht da ab? Ich meine, hallo? Holy fuck. Ah ja, gut. Dann... Musik-Klasse. Das ist schon echt merkwürdig. Mal gucken, was er uns jetzt gleich dazu sagen kann. Hä, wieso? Ich bin sorry, dass ich das tun muss. Du solltest mich liebten. Du solltest mich helfen. Jesus, verbebe ich mich. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich bin so, so sorry, Jessica. Ich erinnere mich. Aber... Was hat das auf sich damit? Alter... So, wir wollten uns das Video angucken. So, okay. Äh... Äh... Okay. So. Aber da ist doch... Irgendwas ist da definitiv... drauf. Gehen wir da lang oder da lang? Na klar! Der beleuchtete Flur ist natürlich nicht offen. Es wäre zu schön gewesen, ne? Oh, hier ist auch beleuchtet. Nice. Nope. 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 Ich will raus hier. Alter, ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich da hinten... oder nicht von mir verlangen will... Das ist ja... ... ... ... ... ... ... Ich bin raus, tschau! Was war das? Ich kann die Tür nicht öffnen! Ah doch! Alter, raus hier! Alter, was? Was geht hier ab, Mann? Na klar! Äh? Ja! Ja! Ja, sie haben dich verletzt, nicht wahr? Nein! Nein! Okay, das ist krass! Ja! 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 Aber krasse Geschichte eigentlich so, ne? Wir kommen da hin, um die Geschichte von dieser Jane aufzudecken. Ja! 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 Was bist du für einer, Mann? Ja! 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 Oh, shit. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. God loves you.